In Schwetzingen Salsa lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du Salsa tanzen lernst. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Hier grüßt dich der Sian, Sian Jerome McCray. Salsa Tanzlehrer. Salsa Privattanzlehrer vom ARTV, IHK, World Dance Council, Gütesiegel, ausgezeichneter, ausgebildeter Privattanzlehrer. Ich möchte dein persönlicher Salsa Privattanzlehrer werden. Wenn du dir vorstellen kannst, über Salsa Privatstunden in deinem Eigenheim, bei dir daheim, in deinen eigenen vier Wänden, tänzerisch nach vorne zu kommen oder an einem anderen Wunschort, dann die Empfehlung von mir an dich. Lass uns telefonieren, lass uns miteinander sprechen und dich in dem Telefonat, das wir dann planen, jetzt nach vorne bringen. Und zwar über die Nummer 017684044661. Nummer, überall Nummer ersichtlich. Hier geht es darum, dass du dich entscheidest. Ich habe eine Entscheidung getroffen, das Video zu machen, damit du relativ rasch, zügig, geschwind deinen Salsa-Lehrer findest, ohne viel zu suchen. Nun ist die Entscheidung auf deiner Seite, dich zu entscheiden. Ja, ich möchte den Salsa erfolgen. Für den Salsa Erfolg hier der Tanzlehrer für dich. Die Nummer für deinen Salsa Erfolg ist die 017684044661. Lass uns telefonieren für deine Salsa.